Oktavia, du bist dran. Ich brauche eine atemberaubende, herzerreißende, verblüffende Geschichte für ein neues Kapitel meines Buchs. Weißt du, ich denke immer noch an diesen merkwürdigen Troll. Er hat geschworen, dass er keine Menschen mehr ist und angefangen hat, Bücher zu lesen. Möglicherweise hätten wir ihn ausreden lassen sollen. Es interessiert sich im Norden niemand für Schwätzerei. Mit einem verfluchten Troll reden? Nur ein toter Troll ist ein guter Troll! Der Troll wäre eh gestorben. So wie wir alle. Alles ist aus Staub und zu Staub wird alles. Komm schon, Harin. Dieses Untergangsgerede. Irgendwann langweilt es dich noch zu Tode. Wobei ich dir ein wenig zustimme, alter Grummler. Es hat einen Heidenspaß gemacht, all die Halunken zu Staub zu verarbeiten. So viel Staub für meinen Geschmack, Jungs. Erinnert ihr euch daran, als wir beinahe Jubilost ertränkt hätten, nur weil wir den Wagen mit seinen wertvollen Büchern retten wollten? Rettet den Wagen, ihr Hohlbirnen! Wir hätten den armen Kobolden die Bücher geben sollen. Dann hätte wenigstens Irrenferdi gelesen. Wenn es nicht meinen genialen Almanach gäbe, dann würde die Welt niemals erfahren haben, wie eine Handvoll heruntergekommene Hütten zu diesem herrlichen Gut geworden sind. Und warum ist unser Gutsherr heute so still? Nun, ähm... Spitz deinen Stift an, Minzi. Wir werden jetzt eine neue Geschichte schreiben. Spitz deinen Stift an, Minzi. Spitz deinen 있죠 Rundhard 하in,업end bis zum Kerach, dieuer fl개z objects Alice. Und wenn es nicht mir passiert ist, dann hätte ich es doch noch will. Und wenn es nicht so will, keine possession, ist das discharged ihr Heyer, der mesela ist jetzt vivir genematic. Nicht solutions für Farbe und mesa sind wir真wolf, ansごASS laps nach oben.